Als du mir an diesem Abend nackt das Schnitzel brietest, da wusste ich, dass du die Richtige für mich bist. Martina. Ja? Willst du meine Frau werden? Ich? Brut. Was? Ich brut das Schnitzel. Nee. Du brotest. Hä? Ich brätete? Was? Du sagtest, du brietest. Das ist die falsche Konjugation. Das ist doch jetzt völlig egal. Ich mach dir hier gerade einen Heiratsantrag. Also willst du meine Frau werden? Du brotest das Schnitzel. So ist richtig. Quatsch. Hab ich bescheuert? Mein Gott, du hast halt einen Schnitzel gebraten. Ja? Perfekt. Gut. Und? Ich habe gebraten, es ist perfekt. Wir suchen das Präteritum. Warte. Ich bratete. Ich brätete. Brätete. Brütete. 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 Ich briete. Ich briete. Ich briete. Ich briete Schnitzel. Du brietest das Schnitzel. So ist richtig. Mhm. Und? Was ist jetzt? Willst du mich heiraten oder nicht? Wann hab ich dir denn nackt ein Schnitzel gebraten? Wann? Ich kann mich nicht erinnern. Auch nie.